Hallo liebe Fußballfreunde, ich wollte euch gerne sagen, von 79 Abonnenten, meinen Kanal gegründet am 29.09.2019, da steht jedenfalls, Hallo, ihr, ich bin Leon, ich mache gerne tolle YouTube-Videos für euch, wenn sie euch gefallen, gebt mir doch einen Link oder abonniert. Jetzt habe ich auch ein Postfach, ich wünsche, würde mich sehr über eure Briefe und Meinungen freuen, was ist denn der neue Lieblingsverein? Meinem Postfach-Interesse, Fan-Post-Interesse, die Adresse, leutet, Fußballfreunde, Postfach 112-67251 Freizeim. Da oben, Kanal-Info, kannst gerne euch hingehen, wenn euch für eine Briefe schicken will, kann ich gerne euch machen. Ich zwing euch, ich zwing gar, ich zwing, ich zwing niemanden, das alles nur freiwillig Spaß ist. Nur kurze Info von euch alle. Ich kann gerne mich weiterhin abonnieren, übermensch habe ich gerade 79 Abonnenten, Kanal gegründet am 29.9.2019 und ich habe mich auch noch Fan-Postbriefe, ich habe mich gerade vorher vorgelesen, die Adresse ist die Adresse It Hotel leutet Fußballfreunde Postfach 112-67251 Freizeim. Kann gerne mir Post schicken. Viel Spaß von diesem Video. Video.